Ich hab grad ähm... Ich möchte es nicht aussprechen, aber ich krieg grad ne Latte bei der Grafik, ganz ehrlich. Ich weiß, jeder PC-Spieler wird sagen, Oh, PC hab ich mir sickle-Grafik. Aber für PS4-Verhältnisse ist das schon... Woller die Waldfee. Dafür hast du das Spiel nicht, haha. So, was haben wir hier? Ja, ich kann's nur untersuchen, super. Ich würd's gerne mal lesen. Schade, dass man das nicht lesen kann, übersetzt irgendwie. Aha, da sind nur Kaffeeflecken drauf. So sehen morgens meine Blätter auch immer aus. So, kommen wir hier? Nein, kommen wir nicht. Was haben wir hier? Gibbons Schokolade Bonbons. Schokolade Bonbons. Hier haben wir Weinkisten. Was, wir quatschen da? Da quatschen wir hier. Das ist alles noch vorgeplänkelt, glaub ich. Ich glaube, das ist alles noch vor Programm. So, was denn hier jetzt? Könnt ihr noch mal reden? Habe ich das jetzt verpasst? This morning. Black... Was steht da? Putti? Was? Peti. Ich kann's gar nicht. Warte mal. Black Bacon and Fiebent. Black Bacon and Fiebent. Dann schicken sie einen Constable hin. Das kann ich. Wieso nicht? Sie nehmen uns nicht so viel das zu hören. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir jeden gebeten haben, die Häuser nicht zu verlassen. Haben Sie mit Ihnen gesprochen? Wie wollen Sie dann für Sicherheit sorgen? Was, wenn unsere Tochter nach draußen läuft? Was sollen wir dann machen? Wissen Sie überhaupt, wer mein Mann ist? Weißt du, sind die ganze Zeit hier am Quatschen und im Hintergrund ist irgendeiner... Ich habe keine Ahnung, woher das kommt, die Stimme. Die kommt irgendwie aus der Ecke, als ob das der Typ ist. Und die Frau quatscht mit dem und er hier die ganze Zeit... Ich weiß nicht, ob man es hören konnte. Das ist ein bisschen strange gewesen. So, aber er hier... Pst, hey, pst, hey, pst. Hey, pst, Melone. Pst, hey, pst. Huch, Alter, wo ist das denn? Ich stand gerade in ihm. Okay, das klingt falsch, wenn ich das so sage. Boah, geil, ich feiere sowas. So Steampunk-mäßig kommen Dings hier so. Alter, das ist mega. Deswegen freue ich mich ja schon auf Dishonored 2. Meine Fresse, wie detailliert. Alter, diese Kasse. Nein, aber mein Vater, ich habe schon viele Leute mit diesen Beschwerden gesehen. Pst, dieser Mann braucht medizinische Hilfe. Leider steht derzeit kein medizinisches Personal zu unserer Füße. Was ist denn hier los? Das ist hier irgendwie alles sehr, sehr abgesperrt. Oh, guck mal hier. Lecker abgehangenes Schwein. Für 4 Dollar und 6 Dollar. Boah, geil. Mettwürstchen. Boah, ich liebe Mettwürstchen. Boah, Mettwürstchen kannst du mir nachts aus dem Schlaf klingeln. Boah, Alter, diese Gasse, wie die aussieht. Unglaublich. So, was haben wir hier? Milk 1 Dollar und Cake 2 Dollar. Aha. Gibt es da sonst noch was? Tea, super blend. Ja, aha, aha, aha. Interessant. Kann ich gar nicht sagen, ob das die Unreal 4 Engine ist. Weiß ich gar nicht. Ist, glaube ich, sogar eine eigene Engine. Wie cool. So, Leather Goods. Drei Goods, okay. Weißt du, das spielst du gar nicht. Lässt das den Film noch lauten? Ja. Sie müssen den gesamten Bezirk absperren und zwar leise. Ah, guck mal, da ist die eine doch. Wie kommt es, dass du so schnell hier bist? Können, Liebes. Ich gebe zu, für einen Mann deines Alters bist du sehr schnell. Kein Ritter wird gern von einer Dame an seine Schwächen erinnert. Mein Lord. So etwas Herzloses könnte diese Dame doch gar nicht tun. Sicher, Isi. Würdest du nie tun. Ich mag sie jetzt schon nicht. Ja, ma'am. Big Green, melde dich. Bestätige Passable. Meere ins Klone beim Osteingang der Vereintes Indien U-Bahn-Station gesichtet. Geh vorsichtig vor. Verstanden. Na los, Gray. Geh in dir. Vereinliches Indien-Platz-May-Fahr-Fair. Okay, äh. Er hat drei gedrückt, einen Punkt, um den Dreieck zu merken. Ah, so, okay. Ähm. Ja, genau, ich lass es nur laufen. Genau, ich spiele gar nicht. War gerade eine Frage im Chat für dich auf YouTube, falls du dich fragst, was er zählt denn, na? Ähm. Alter Schwede. Genau, hab ich mir schon irgendwie gedacht, dass es ein eigener Engine ist. Das ist die, äh, RAD-Engine. Die RAID- oder RAD-Engine. 4.0. Extra fürs Spiel. Sehr, sehr geile. Sehr, sehr geile Engine. Grafisch kann das schon echt... Boah, kann sogar noch mit Spielen von jetzt mithalten, obwohl das Spiel jetzt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Ich glaube, so zwei Jahre ist das Spiel jetzt auch schon alt. Boah, krass. So. Es ist so... Es wird schon so mega warm hier im Studio. Das ist unglaublich. Weil ihr müsst euch vorstellen, bei so einem Greenscreen ist es ja nicht so, dass es einfach nur so ein grünes Tuch einfach im Hintergrund hat, sondern du brauchst ja auch einen gut beleuchteten Raum, der ausgeleuchtete Lüste. Und hier neben mir steht eine richtig fette Fotolampe, die so am Strahlen ist. Aber ich muss sie ja anhaben. Aber ich finde es ganz cool mit dem Greenscreen. Ihr könnt es ja gerne mal unter die Kommentare schreiben oder auch hier im Chat einfach mal in den Chat schreiben, was ihr davon haltet. Weil wie gesagt, ich bin am überlegen, ob ich das mit Horror auch so mache, ob ich da mit dem Greenscreen nutze. Sobald wir drin sind, lasst niemanden mehr durch. Sicher, dass Sie keine Hilfe brauchen? Meinen Sie einen starken Mann, der alles kontrolliert? Genau. Gehen Sie uns einfach aus dem Weg. Sie wollen doch nicht irrtümlich draufgehen. Ärger? Die üblichen schießwütigen Söldner. Die Vereintes Indian Company will enthusiastische Handlanger. Das letzte, was wir brauchen, ist ein Haufen Söldner, die noch mehr Chaos stiften. Sie haben den Befehl, alles abzuriegeln. Alles abzuriegeln, vor allen Dingen. Alter, geil, wie das hier aussieht. Nur noch mit Greenscreen finde ich ein bisschen, weiß nicht, weil es ist sehr warm. Na gut, für den Winter ist es ganz okay, aber so generell so irgendwie, weil wir streamen auch zwischendurch mal, so ein bisschen halt so, so Normalo-Spiele ohne aufnehmen und deswegen dachte ich mir, na, was heute mal... Wovor sind die weggelaufen, frage ich mich. Vor diesen Amokläufern? Jetzt habe ich ein böses Wort angesprochen. Mein... Ist es ja im Spiel, ne? So. Mayfair. Hö! Alter, uah! Oh Gott. Ich glaube, jetzt dürfen wir... Ich glaube, jetzt dürfen wir erstmal schießen. So, okay. Nach da... R2. Ziel erledigt! Da ist noch jemand. Kann ich auch. Alles klar. Okay, vorrücken. Okay, vorrücken. Mit X, okay. Boah, wie cool. Voll die Pyjama-Party. Verschwindet von hier! Sucht nach Waffen! Ihr zwei! Schwingt euer Erschi hierher! Ich brauche Hilfe! Los jetzt! Los! Los geht's, ihr Bastarde! So, Kreisung, die Dippen zu wechseln. Primärwaffe ausrüsten. Ah, geil! Geil! Kann ich da... Passend zum Atrium unterwegs! Ah, wie geil das gemacht ist. Alter Schwede. Auch mit diesem Ball, okay? Flüchtling erledigt! Flüchtling erledigt. Okay, das ist... Klingt ein bisschen falsch. Zumal es jetzt so ein bisschen gerade aktuell ist. Ich glaube, ich werde auch so ein Orden erschaffen. Flüchtling erledigt. Bitte nehmt das nicht zu, Ernst. Ja, was ich hier sage. Es ist... Wo ist denn... Wo sind denn noch welche? Ach, da. So. Immer dieses Gangster-mäßige, ich halte die Waffe schief. Oh, warte mal, was ist denn... Uah! Verpasst euch, Bobbys, du kriegst gleich Bobbys. Alter, ich hab den in den Kopf geschossen. Wieso ist der... Wieso lebt der denn noch? Okay, wurde angeschossen. Okay, jetzt meine Hackfrau ist natürlich ein Bild, was die Waffenanzeige angeht. Aber ich glaube, das stört jetzt nicht mehr. So, kann ich... Ah, da hinten ist noch jemand. Da läuft noch jemand. Flüchtling neutralisiert. Das klingt so falsch. Ich schwöre, der kriegt eine ordentliche Ableibung! Huuu! Shit. Verfolgen wir Entflohenen ins Gebäude der Börse. Kommen wir... Hallo? Die Tür ist verschlossen. Ich höre drinnen Bewegungen. Alter. Schnell. Drinnen sind noch mehr Verrückte. Was muss ich denn jetzt... Oh Gott. Hö! R1, was? Ach so. Ich habe es gar nicht verstanden, was ich tun sollte. Aber egal. So, weiter geht's. No, no, no. Alter. Was trinken sie denn da? Das ist ja wie eine Flüssigkeit. Erledigen wir den Abschaum. Rauchgranaten. Okay. Also dann. Los geht's. Ziel erledigt. Ja, es fragt gerade jemand im Chat, ob das ein scheiß Film ist. Ja, es ist ein scheiß Film. Es ist so geil gemacht, finde ich. Persönlich. Es ist mega. Es ist richtig geil gemacht. Es ist richtig geil gemacht. Puh! Scheiße. Hier ist doch noch einer irgendwo, oder? Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Alter. Erstmal ins Kreuz geschossen. Jawohl. So, ich werde mal die Waffe aufheben. Und wenn die Waffen sind, oder liegen hier. Hier liegen. Ach, da. Mist, was denn? Ah, hier war noch eine Waffe. Hä? Wo waren die? Ach, hier. Kann ich die jetzt wechseln? Ach, Tatsache. Wo ist der Typ? Der war doch gerade noch hier, oder? Ah, wie geil das aussieht. Alter Schwede. Hä? Der war doch... Aua, Alter. Da ist er. Bleib, bleib. Im Stockwerk darüber waren noch mehr. Wir müssen sofort da rauf. Oh, Munition. Alter Schwede. Wie geil das ist. Alter Falter. Wir sollten den zweiten Stock räumen. Oh, aus Snowy, Snowman's Sky habe ich ja schon Platin. Doch, langweilig. Schwierigkeitsart einstellbar, Flexi? Weiß ich nicht. Habe ich noch nicht ausprobiert. Kann aber sein. Denke ich mal. Ruhig. Ein ganz normaler Morgen in London. In der Tat. Ich hoffe, das war erst der Anfang. Still. Was meinst du, Alter? Meinst du, wir können ein paar von den Reichen abknallen? Na, Kampfangriff. Drücke Dreieck, um den Fight zu erledigen. Räume den Ostflügel im zweiten Stock. Das ist unsere nächste Aufgabe. Okay. Alter, kann ich hier... Nein! Nein! Mist! Verdammt. Verdammt, jetzt hatten die uns gesehen. Ich dachte, ich könnte so ein bisschen schleichen. Flüchtling erledigt. Klingt ein bisschen falsch. Aber gut. So. Da ist noch jemand. Hallo, mein Freund. Ciao, mein Freund. Kriege ich hier Munition? Da war doch... Hallo. Warte mal. Da war noch Munition am Lieben. So. Dann gucken wir mal. Boah, alter Schwede. Ich feier das immer noch. So, wo geht's hier hin? Ah! Oh, leckerer Kaffee. Boah, das wär jetzt geil. So ein mega Kaffee. Könne ich jetzt gut vertragen, bin ich ganz ehrlich. Hier drin sind bestimmt noch mehr. Okay. Huch! Alter, was war das denn? Ich rücke L1, um die Schwarzsicht zu aktivieren, wenn die Anzeige verfügbar ist. Ich will dir die Anzeige nehmen, du fein erledigst. Okay. R1 war das? Oh, wie geil! Yeah! Erstmal erledigt. Huch! Was soll ich mal zielen? Boah, voll im Poolraum geht hier rumgeballert. Yeah! So. Boah, so eine runde Poolbillard könnte ich jetzt auch mal wieder spielen. Habe ich auch mal wieder Lust. Habe ich schon lange nicht mehr. So, ich kriege Munition. Sie beide. Sir. Treppe runter. Wir brauchen Zivilisten, ihre Hilfe. Ja, Sir. Sir, General Lafayette ist nebenan. General Lafayette. Soll das ein Witz sein? Gibt es eine einzige Frau in dieser Stadt, die er nicht verführen will? Er ist jetzt dein Problem. Versuch nicht zurückzubleiben. Den kennen wir ja auch, ne? Also, in der Welt, die ich kann in dieser Stadt halten. Das stimmt. Hatten wir jetzt nicht мало. Ist ja auch, ne? Vielen Dank.